Dass er dich, Michael, segne und Esther segne. Wir bitten den Herrn Jesus, dass er nun kommt und euch segnet mit den himmlischen Signungen, dass er sie auf euch herablasst. Und wir alle gemeinsam sind fröhlich, dass er mit unter uns ist. Er möge euch erfreuen, euch erquitten, euch den Frieden geben und die Freude geben und euch alle Zeit nah sein. Auch in Bedrängnis, auch in der Not, möge er euch brösten. Du, Herr Jesus Christus, sei mit ihnen alle Zeit. Erfülle sie, wir flehen dich an, oh Herr Jesus Christus, dass sie einander tragen, denn die wir alle Zeit. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020